Hallo zusammen. In fast allen Religionen gibt es ja Berichte über irgendwelche wundersamen Ereignisse, die direkt oder indirekt dem Wirken Gottes zugeschrieben werden. Wenn Sie ins Neue Testament reinschauen beispielsweise, hören Sie da, dass Jesus Kranke geheilt hat oder Tote wieder zum Leben erweckt hat. Viele christliche Heilige sollen Fähigkeiten wie Levitation oder Bilokation besessen haben, also die Fähigkeiten der Luft zu schweben oder an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Oder wir kennen Berichte über Stigmatisierungen, das heißt Menschen zeigen plötzlich an ihrem Körper die Wundmale Christi oder sie kennen vielleicht solche Sachen wie Marienstatuen, die blutige Tränen weinen und so weiter und so fort. Auch außerhalb des Christentums gibt es natürlich solche Wunderberichte, also eigentlich in jeder theistischen Religion gibt es dieses Konzept des Wunders als eines unglaublichen Wirken Gottes. Könnte es jetzt nicht sein, dass solche Wunderereignisse auch ein Argument für die Existenz Gottes abgeben könnten? Also müsste man nicht eigentlich sagen, das Wirken Gottes ist die einzig plausible Erklärung für diese Phänomene? Nun, das ist die Frage, die wir uns heute ein bisschen näher anschauen wollen. Und diese Frage kann man vernünftigerweise in ungefähr drei Teilprobleme zerlegen. Das erste Problem lautet, was ist eigentlich ein Wunder? Also wann oder unter welchen Bedingungen kann man ein bestimmtes Ereignis als ein Wunder bezeichnen? Frage Nummer zwei lautet, wann darf man an ein Wunder glauben? Also unter welchen Bedingungen ist es vernünftig anzunehmen, dass es sich bei einem bestimmten Ereignis um ein Wunder handelt und nicht etwa um ein natürliches Ereignis, also eines, das eine ganz natürliche Erklärung hat? Und schließlich Frage Nummer drei, was folgt aus der Existenz von Wundern, wenn es denn welche geben sollte? Gehen wir diese Fragen mal der Reihe nach durch. Beginnen wir bei der ersten Frage, nämlich was ist ein Wunder? Also der Frage nach der Definition des Wunders. Im Alltag sprechen wir oft von Wundern, wer etwas vollkommen Unerwartetes passiert. Also wenn Sie beispielsweise einen schweren Autounfall unverletzt überleben. Sie krachen mit 130 in die Leitplanke auf der Autobahn, überschlagen sich mehrere Male und krabbeln dann aus ihrem qualmenden Wrack heraus, ohne den kleinsten Kratzer zu haben. Dann würden wir sagen, ein Wunder, dass dir nichts passiert ist. In dem Sinne könnte man von Wundern sprechen, als von Ereignissen, die extrem unwahrscheinlich sind, aber natürlich trotzdem nicht unmöglich. Oder wenn wir es etwas genauer formulieren sollten, Wunder sind Ereignisse, die prinzipiell naturgesetzlich möglich sind, die aber extrem unwahrscheinlich sind. Also Ereignisse, die gegen kein Naturgesetz verstoßen, aber eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit haben. Also dass zum Beispiel jemand spontan von einer schweren Krebserkrankung geheilt wird, ist nicht gegen die Naturgesetze, aber doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Problem mit diesem Definitionsversuch oder diesem alltäglichen Verständnis ist jetzt aber, warum sollte ein unwahrscheinliches Ereignis direkt ein Wunder sein? Ein Lottogewinn ist ja auch sehr, sehr unwahrscheinlich, aber im Lotto zu gewinnen ist ja an sich noch kein Wunder. Das Ereignis des Lottogewinns wird erst dann zum Wunder, wenn sie es religiös interpretieren, also wenn sie dieses Wunder dem Wirken Gottes zuschreiben. Ob etwas ein Wunder ist oder nicht, wäre dann laut dieser Definition eine Frage der Zuschreibung. Das gleiche Ereignis könnte für die eine Person ein Wunder sein, für die andere Person nicht. Dann ist es natürlich als Argument für die Existenz Gottes schlichtweg nicht brauchbar. Die Existenz Gottes wird ja bei der Interpretation als Wunder, also als Ereignis, das durch Gott verursacht wurde, bereits vorausgesetzt. Dass jemand im Lotto gewinnt, das ist kein Argument dafür, dass es einen Gott gibt. Erst dann, wenn man diesen Lottogewinn als das direkte Wirken Gottes versteht, folgt trivialerweise, dass es einen Gott geben muss daraus. Aber das Ereignis selbst, der Lottogewinn an sich, gibt natürlich an sich betrachtet keine Veranlassung dazu, das dem Wirken Gottes zuzuschreiben. Also sollten wir vielleicht den Definitionsversuch etwas anders ansetzen, sollten wir nicht eher sagen, ein Wunder ist ein besonderes Ereignis, das von Gott verursacht wurde. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem, das wir eigentlich eben schon angesprochen haben. Wenn wir in die Definition bereits reinschreiben, dass das Wunder von Gott verursacht wurde, dann ist es selbstverständlich, dass sich daraus die Existenz Gottes ableiten lässt, weil ja das Wunder gerade definiert ist als Ereignis, das von Gott verursacht wurde. Insofern wäre es ganz trivial, aus einem Wunder, also einem von Gott verursachten Ereignis, zu folgern, dass es einen Gott gibt, denn wenn es Gott nicht gäbe, wie hätte er das Ereignis verursachen sollen? Aber die Existenz Gottes ist ja gerade das, was in Frage steht. Das ist das Problem, über das wir hier diskutieren. Das darf also nicht einfach vorausgesetzt und in die Definition reingeschrieben werden. Als Definitionsversuch ist es dann aber trotzdem wahrscheinlich okay zu sagen, ein Wunder ist ein Ereignis, das von Gott verursacht wurde. Aber die Frage, die wir uns stellen müssten, sollte dann viel eher lauten, gibt es überhaupt Wunder in diesem Sinne? Also gibt es überhaupt irgendwelche besonderen Ereignisse, die von Gott verursacht werden? Beziehungsweise welche Gründe könnte es eigentlich geben, anzunehmen, dass irgendein besonderes Ereignis von Gott verursacht wurde und nicht von irgendwas anderem? Gut, halten wir also fest, ein Wunder ist ein besonderes Ereignis, das von Gott verursacht wurde. Aber was ist ein besonderes Ereignis? Reicht es zu sagen, ein besonderes Ereignis, das ist eines, das einfach nur extrem unwahrscheinlich ist? Naja, nicht jedes besondere oder unwahrscheinliche Ereignis würden wir sofort als Wunder klassifizieren, selbst wenn es von Gott verursacht wurde, in irgendeiner Konsequenz. Wenn beispielsweise an einem heißen Tag ein kühlender Regen fällt, dann würden wir das nicht als Wunder beschreiben, auch wenn es irgendwie ungewöhnlich ist, dass an heißen Tagen plötzlich ein kühler Regen fällt. Und wir würden es vermutlich auch dann nicht tun, wenn es von Gott selbst verursacht wurde. Was aber, wenn dieser Regen urplötzlich aus einem strahlend blauen Himmel fällt, nachdem jemand um Regen gebeten hat? Dann würden wir wahrscheinlich schon eher bereit sein, von einem Wunder zu sprechen. Warum? Naja, nicht weil das Ereignis unwahrscheinlich ist, sondern noch stärker, weil nach dem naturgesetzlichen Verlauf der Dinge ein Regen in dieser Situation eigentlich nicht zu erwarten gewesen wäre. Damit hätten wir jetzt eine erste mögliche präzise Definition des Wunderbegriffs. Ein Wunder ist eine von Gott verursachte Durchbrechung der Naturgesetze. Es ist also nicht bloß ein unwahrscheinliches Ereignis, dass in diese Kategorie besondere Ereignisse reinfallen sollte, sondern ein Ereignis, das mit dem bisherigen Wissen über die Naturgesetze oder sagen wir besser mit den Naturgesetzen überhaupt nicht vereinbar ist. Wir könnten auch etwas simpler sagen, ein Wunder ist ein von Gott verursachtes Ereignis, das mindestens ein Naturgesetz verletzt. Aber wie soll es eigentlich so etwas geben wie eine Durchbrechung von Naturgesetzen? Naturgesetze sind ja nicht so wie die Straßenverkehrsordnung, die Sie einfach ignorieren können, wenn Sie beschlossen haben, dass Ihnen Strafzettel egal sind. Naturgesetze kann man ja gar nicht verletzen, selbst wenn man es wollte. Wenn man ein Naturgesetz oder ein scheinbares Naturgesetz vielmehr durchbrechen kann, dann sollte man das vielmehr als ein Indiz werten dafür, dass es sich gar nicht um ein Naturgesetz handelt, sondern dass wir gedacht haben, es wäre ein Naturgesetz, aber in Wirklichkeit ist es keins. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass der Begriff des Wunders an sich bereits nicht konsistent ist, weil er diesen widersprüchlichen Ausdruck Verletzung der Naturgesetze beinhaltet. Aber nehmen wir mal an, dass die Idee der Verletzung eines Naturgesetzes nicht widersprüchlich ist. Dann könnten wir jetzt als Definition festhalten, ein Wunder ist ein Ereignis, das erstens von Gott verursacht wurde und zweitens mindestens ein Naturgesetz verletzt. Beide Bedingungen hängen natürlich miteinander zusammen. Wenn ein Ereignis gegen ein Naturgesetz verstößt, dann muss das in irgendeiner Weise erklärt werden. Wie kann es sein, dass dieses Ereignis gegen die Naturgesetze verstoßen hat? Eine gute Erklärung dafür, wie das sein kann, ist, es wurde von Gott bewirkt. Wie sonst wäre denn eine Verletzung der Naturgesetze möglich? Es kann ja keine natürliche Ursache für die Verletzung der Naturgesetze geben. Das wäre ein Widerspruch in sich. Ausgehend von dieser Definition des Wunders als von Gott verursachte Durchbrechung der Naturgesetze, können wir jetzt zur nächsten Frage übergehen. Nämlich zu der Frage, gibt es überhaupt ein Wunder? Gibt es also überhaupt Ereignisse, die von Gott verursacht wurden und gegen die Naturgesetze verstoßen? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn wir können bei einem Ereignis natürlich nicht beobachten, dass es von Gott verursacht wurde. Angenommen, wir bekommen mit, wie jemand tatsächlich spontan wieder sehen kann, der vorher blind gewesen ist. Wie sollten wir feststellen, ob diese spontane Heilung wirklich von Gott verursacht wurde? Oder anders gefragt, wie sollten wir feststellen, ob diese spontane Heilung wirklich gegen die Naturgesetze verstößt und damit mutmaßlich von Gott verursacht wurde? Es könnte doch genauso gut sein, dass es sich hier um einen besonderen Fall handelt von Naturgesetzen, die uns bisher unbekannt sind. Also es gibt vielleicht einfach eine natürliche Erklärung für dieses Phänomen, die uns einfach noch nicht bekannt ist. Nehmen Sie beispielsweise an, ein Mensch des Mittelalters würde in unsere Gegenwart katapultiert und würde Zeuge davon werden, wie jemand nach einem Herzinfarkt mit einem Defibrillator wiederbelebt wird. Dieser Mensch würde, was da passiert, natürlich als ein Wunder betrachten, als eine Auferweckung von den Toten. Das ist seine einzige Art, sich dieses Ereignis zu erklären. Wir hingegen wissen, dass es sich nicht um ein Wunder handelt, sondern wir kennen die biologischen und medizinischen Grundlagen, warum dieses Verfahren funktioniert und warum es sich da eben nicht um ein Wunder, nicht um das Einwirken Gottes und eine Verletzung der Naturgesetze handelt. Worum es also geht bei dieser Frage, ob es Wunder gibt oder nicht, ist ein Vergleich von zwei möglichen Erklärungen für ein Ereignis miteinander. Erklärung Nummer 1 lautet, das Ereignis wird verursacht durch unbekannte Naturgesetze. Erklärung Nummer 2 lautet, das Ereignis wird verursacht durch das Eingreifen Gottes. Und die Frage lautet jetzt für uns, welche dieser beiden Erklärungen ist die bessere? Das heißt, welche dieser beiden Erklärungen ist die vernünftigere? Unter welchen Umständen sollten wir die zweite Erklärung glauben? Die erste hingegen nicht. Also unter welchen Umständen, um es auf den Punkt zu bringen, unter welchen Umständen dürfen wir glauben, dass es sich bei einem bestimmten Ereignis wirklich um ein Wunder handelt? Ein klassisches Argument von David Hume in dieser Frage sagt nie. Wir dürfen niemals glauben, dass es sich um ein Wunder handelt, solange wir vernünftig bleiben wollen. Warum nicht? Nun, Hume widmet sich dieser Frage im 10. Kapitel seiner Enquiry Concerning Human Understanding, die den vielsagenden Titel trägt, über Wunder. Und für Hume ist die Bewertung dieser Frage, welche Erklärung die bessere ist, eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Er schreibt dazu, Ein besonnener Mann bemisst daher seinen Glauben nach der Evidenz. Alle Wahrscheinlichkeit setzt also einen Gegensatz der Erfahrungstatsachen und Beobachtungen voraus, wobei die eine Seite die andere überwiegt und einen Grad von Evidenz erzeugt, der dieser Überlegenheit entspricht. 100 Fälle oder Erfahrungstatsachen auf der einen und 50 auf der anderen Seite geben eine zweifelnde Erwartung des Ausgangs. Aber 100 gleichförmige Tatsachen gegen nur eine, die ihnen widerspricht, erzeugen füglich einen recht starken Grad von Sicherheit. Überall müssen wir die entgegengesetzten Erfahrungstatsachen, wo sie es wirklich sind, gegeneinander abwägen und die kleinere Anzahl von der größeren abziehen, um die genaue Stärke der überlegeneren Evidenz kennenzulernen. Vernünftig sein heißt also für Hume der Evidenz vertrauen. Die Belege, die Tatsachen, die dafür sprechen, betrachten und einschätzen, wie stark sie sind und unseren Glauben entsprechend an die Kraft der Evidenz anzupassen. Beispiel. Nehmen Sie an, Fußballverein A gewinnt 30 Mal gegen Fußballverein B. Dann ist es vernünftig zu glauben, dass Fußballverein B auch das 31. Spiel verlieren wird. Sie sind vernünftig, wenn Sie davon ausgehen, dass A das nächste Spiel gewinnen wird und wenn Sie Geld darauf setzen, ist die Chance, dass Sie gewinnen werden, ziemlich groß. Wenn hingegen Fußballverein A 30 Mal gegen Fußballverein C gespielt hat und 10 Mal hat A gewonnen, 10 Mal hat C gewonnen und 10 Mal gab es einen Unentschieden, dann ist es höchst vernünftig zu glauben, dass die nächste Partie, die 31. Partie, noch vollkommen offen ist. Wie sind nun die Evidenzen verteilt, wenn es um Wunder geht? Nun, Juhm hat auch darauf eine Antwort. Er schreibt, Ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Und da eine feststehende und unveränderliche Erfahrung dieser Gesetze gegeben hat, so ist der Beweis gegen ein Wunder aus der Natur der Sache selbst so vollgültig, wie sich eine Begründung durch Erfahrung nur irgend denken lässt. Warum ist es mehr als wahrscheinlich, dass alle Menschen sterben müssen, dass Blei nicht von selbst in der Luft schweben bleibt, dass Feuerholz verzehrt und von Wasser gelöscht wird? Doch nur, weil diese Ereignisse mit den Naturgesetzen im Einklang befunden worden sind und es, um sie zu verhüten, einer Verletzung dieser Gesetze oder mit anderen Worten eines Wunders bedarf. Was im gewöhnlichen Lauf der Natur jemals geschieht, das gilt nicht als Wunder. So ist es kein Wunder, wenn ein anscheinend Gesunder plötzlich stirbt. Denn eine solche Todesart ist zwar ungewöhnlicher als eine andere, aber doch häufig beobachtet worden. Aber das wäre ein Wunder, wenn ein Toter ins Leben zurückkehrte, weil das zu keiner Zeit und in keinem Land jemals beobachtet worden ist. Es steht daher notwendig eine gleichförmige Erfahrung jedem wunderbaren Ereignis entgegen, sonst würde das Ereignis nicht diesen Namen verdienen. Und da eine gleichförmige Erfahrung sich zur Höhe eines Beweises erhebt, so haben wir hier einen unmittelbaren, vollen Beweis aus der Natur der Sache gegen die Existenz jedweden Wunders. Die einfache Folgerung, und zugleich ein allgemeiner beachtenswerter Grundsatz lautet, kein Zeugnis reicht aus, ein Wunder festzustellen. Es müsste denn das Zeugnis von solcher Art sein, dass seine Falschheit wunderbarer wäre, als die Tatsache, die es festzustellen, trachtet. Jung beginnt also seine Überlegung, ganz ähnlich wie wir das auch getan haben, mit einer Definition des Wunders. Und er definiert das Wunder als eine Durchbrechung der Naturgesetze. Dann folgt als nächstes seine Frage, ja, woher wissen wir denn eigentlich von den Naturgesetzen? Woher wissen wir, welche Naturgesetze es gibt? Er sagt, aus Erfahrung. Wir erfahren immer wieder, dass zum Beispiel das Gesetz der Gravitation gilt. Also wir beobachten, dass ein Stein, den man fallen lässt, zu Boden fällt. Wir beobachten, dass eine Tasse, die vom Tisch fällt, nicht in der Luft schweben bleibt. Oder wir beobachten, dass man Kraft braucht, um Klimmzüge zu machen. Und so weiter und so fort. Wir beobachten hingegen niemals eine Ausnahme davon. Unsere ganze Erfahrung bestätigt permanent, dass das Gravitationsgesetz gilt. Die Erfahrung zeigt uns, wie Jung das ausdrückt, eine feststehende und unveränderliche Natur. Ein Wunder, das wäre jetzt eine Verletzung dieser Naturgesetze. Kann es nach Jung jemals hinreichend Belege oder Evidenzen dafür geben, dass ein Naturgesetz wirklich verletzt worden ist? Seine Antwort lautet Nein. Warum nicht? Weil wir prinzipiell zwei Wahrscheinlichkeiten in diesem Fall miteinander vergleichen müssen. Nennen wir sie mal die Wahrscheinlichkeit 1, dafür, dass es ein Wunder ist, W Wunder, und die Wahrscheinlichkeit 2, dafür, dass es sich um ein Irrtum handelt, W Irrtum. Wie groß sind diese beiden Wahrscheinlichkeiten, W Wunder versus W Irrtum? Nun, die Wahrscheinlichkeit W Wunder ist extrem klein. Die Erfahrungen von Millionen von Menschen über viele Jahrtausende bestätigen immer wieder, dass die Natur Gesetzen gehorcht und dass die Natur sich immer gleichförmig verhält. Also das Gravitationsgesetz und die Gültigkeit der Gravitation sind über einen langen Zeitraum von sehr vielen Menschen unabhängig voneinander immer wieder in gleicher Weise beobachtet worden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Wunder vorliegt, ein Verstoß gegen dieses sehr gut abgesicherte Gravitationsgesetz, ist sehr, sehr klein. Die Evidenz dieser Erfahrung, also der Erfahrung von der gleichförmigen Natur, ist so stark, dass Jung sagt, es ist praktisch ein Beweis. Stärker geht es eigentlich gar nicht mehr. Auf der anderen Seite steht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Irrtum handelt, wie Irrtum. Diese Wahrscheinlichkeit hängt an der Glaubwürdigkeit anderer, also an der Glaubwürdigkeit derer, die uns das Wunder berichten, für Jung. Nun schauen wir uns das an bei der Bibel beispielsweise. Also da werden Wunder berichtet, die Jesus gewirkt haben soll, und zwar mit einem Abstand von einigen Jahrzehnten zu seiner eigentlichen Lebenszeit. Von Leuten werden diese Wunder berichtet, deren Zuverlässigkeit nicht mehr geprüft werden kann heutzutage. Auch die Umstände, unter denen sich diese Wunder ereignet haben sollen, sind für uns heute nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Das Ganze ist also, sagen wir es mal so, ziemlich dubios. Das spricht nun dafür, dass die Wahrscheinlichkeit W-Irrtum relativ groß ist. Zugleich ist nun allerdings W-Wunder extrem klein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für ein Wunder ist immer kleiner als die Wahrscheinlichkeit für einen Irrtum. Das heißt, wer vernünftig ist und seinen Glauben der Evidenz anpasst, der wird immer davon ausgehen, dass es sich um einen Fehler handelt und nicht um ein Wunder. Jung sagt also, wir dürfen erst dann an ein Wunder glauben. Wir dürfen erst dann an eine Verletzung der Naturgesetze glauben, wenn ein Irrtum unwahrscheinlicher wäre als das Wunder selbst. Also wenn quasi der Irrtum das noch größere Wunder wäre. Aber das kann selbstverständlich niemals der Fall sein. Denn die Belege dafür, dass die Natur immer gleichen Gesetzen folgt, sind so groß, dass sie nicht zu übertreffen sind. Das ist kein Zufall für Jung. Also das ist nicht bloß irgendwie eine kontingente Tatsache, sondern das ist eine logische Wahrheit. Denn Wunder sind ja per Definition im Ausnahmen von den Naturgesetzen. Aber Ausnahmen sind immer Einzelfälle. Das liegt bereits im Begriff der Ausnahme drin. Wenn die Ausnahme kein Einzelfall wäre, dann wäre sie nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Einzelfälle sind also statistisch betrachtet immer weniger als der Normalfall. Deswegen nennen wir sie ja Einzelfälle. Wenn man also die Wahrscheinlichkeit anhand der statistischen Häufigkeit bestimmt, dann kann ein Einzelfall natürlich niemals wahrscheinlicher sein als ein Normalfall. Also nehmen Sie nochmal den Lottogewinn als Beispiel. Ein Lottogewinn ist die Ausnahme. Die allermeisten Leute, die im Lotto spielen, gewinnen nicht. Der Normalfall ist es zu verlieren. Daher kann es auch niemals vernünftig sein, zu glauben, dass man dieses Mal aber ganz bestimmt gewinnen wird. Die Evidenz dafür, dass man verlieren wird, ist immer und in jedem Fall stärker. Wer glaubt, dass er ein Lotto gewinnen wird, wenn er den Lottoschein ausfüllt, der handelt irrational. Der passt seinen Glauben nicht der Evidenz an. Klar, Leute tun das trotzdem gerne, aber vernünftig ist es nicht. Also es ist niemals vernünftig, an ein Wunder zu glauben. Aber bedenken Sie bitte auch, Jung sagt nicht, dass es keine Wunder gibt, sondern er sagt, es ist niemals vernünftig zu glauben, dass es sie gibt. Niemand, der von sich sagt, er sei vernünftig, darf jemals an ein Wunder glauben, egal ob es sie gibt oder nicht. Stimmt das jetzt? Stimmt es, dass es niemals Gründe geben kann, an ein Wunder zu glauben? Nun, zumindest zwei Punkte sind an Humes Argumentation problematisch. Der erste Gegeneinwand lautet, es könnte doch noch zusätzliche Gründe geben. Also es könnte Evidenzen geben, die von Jung nicht berücksichtigt worden sind. In seiner Argumentation kommen als Evidenzen immer nur die Berichte anderer in Frage. Also die Glaubwürdigkeit derer, die uns das Wunder berichten. Und, naja, seien wir ehrlich, die Glaubwürdigkeit dieser Leute ist meistens nicht so besonders überzeugend. Aber es kommen natürlich noch andere Formen von Evidenz in Frage, wenn wir entscheiden müssen, ob es sich um ein Wunder handelt oder nicht. Also, nehmen Sie nochmal den Fall einer spontanen Heilung von Krebs oder sowas. Wenn Ihnen Ihre Oma erzählt, sie kennt da jemanden, die hatte Speiseröhrenkrebs, ist dann nach Lod gefahren, um zur Mutter Gottes zu beten und vier Wochen später, bumms, war sie vollständig geheilt. Ja, dann ist das vermutlich in der Tat nicht besonders glaubwürdig. Und dann sollten Sie aufgrund dieses Berichtes nicht zu der Überzeugung langen, dass da wirklich ein Wunder, ein göttliches Eingreifen vorgelegen hat. Aber eine andere Sache ist es, wenn es nicht nur diesen Bericht von Ihrer Oma gibt, sondern auch noch andere Berichte, die unter anderem medizinische Fakten enthalten. Also, wenn wir beispielsweise über Röntgenbilder verfügen, vor und nach dem angeblichen Wunder, wenn wir Blutwerte dokumentiert haben, wenn es Gewebeproben gibt und so weiter, die von kompetenten Ärztinnen und Ärzten entnommen wurden, wenn also alle diese Fakten verfügbar sind und dann immer noch keine natürliche Erklärung gefunden werden kann, dann könnte das in der Tat für ein Wunder sprechen. Das Wunder oder die Annahme, dass es sich um ein Wunder handelt, könnte immer noch die bestmögliche Erklärung der vorliegenden Fakten sein, selbst wenn die Zeugen nicht besonders glaubwürdig sind. Also in realen Wunderuntersuchungen bei Seligsprechungsprozessen im Vatikan beispielsweise, da wird gerade deshalb eben nicht bloß die Glaubwürdigkeit derer geprüft, die das Wunder berichten, sondern auch noch alternative Erklärungsmöglichkeiten, und zwar insbesondere naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten. Für Hume heißt das, Hume wertet die Chancen für die Wahrscheinlichkeit W-Wunder einfach zu schlecht. Es könnte sein, dass es doch Argumente gibt, die für ein Wunder sprechen, die Hume durch seine Beschränkung auf die Berichte ausschließt von vornherein. Zweiter Kritikpunkt, und der ist wahrscheinlich der gewichtigere, Humes Kritik ist zu stark. Wenn Hume nämlich Recht hätte, dann könnten wir niemals vernünftigerweise glauben, auf eine Ausnahme in den Naturgesetzen gestoßen zu haben. Die Annahme, dass es sich um ein Irrtum oder einen Beobachtungsfehler handelt und nicht um eine echte Ausnahme, wäre ja immer die wahrscheinlichere, weil die gleichförmige Erfahrung von Jahrtausenden eben für die Korrektheit des Naturgesetzes spricht. Aber gerade die Entdeckung von Ausnahmen oder Abweichungen in den Naturgesetzen ist ein sehr wichtiges Verfahren für den wissenschaftlichen Fortschritt. Nehmen Sie ein interessantes Beispiel aus der Geschichte der Astronomie, nämlich die Entdeckung des Planeten Neptun. Anfang des 19. Jahrhunderts, kurz nach der Entdeckung des Planeten Uranus, wurden Berechnungen über die mutmaßliche Bahn des Planeten Uranus angestellt. Nun beobachtete man aber, dass es ganz geringfügige Abweichungen von der errechneten Bahn gab. Also der Planet Uranus bewegte sich ein bisschen anders, als er sich eigentlich hätte bewegen sollen, nach der Vorhersage der Kepler'schen Gesetze über die Planetenbewegungen. Wenn man jetzt David Hume folgt, müsste man an der Stelle sagen, die Evidenz spricht immer für die Richtigkeit der Kepler'schen Gesetze. Die sind durch langjährige Erfahrung immer wieder belegt und bestätigt worden. Deswegen kann die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Fehler handelt, niemals kleiner sein als die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesetze richtig sind. Also muss man annehmen, dass ein Beobachtungsfehler vorliegt und dass das Gesetz korrekt ist. Es lag aber kein Beobachtungsfehler vor, sondern diese Abweichungen in der Planetenbahn wurden durch den damals noch unbekannten Planeten Neptun und seine Gravitation verursacht. Und sie führten damit indirekt zur Entdeckung dieses achten Planeten. Humes Argument übersieht also die Möglichkeit, dass es echte Gegenbeispiele geben könnte. Dass es also so sein kann, dass wir wirklich Ausnahmen und Abweichungen von Naturgesetzen entdeckten, die dazu führen, dass wir unser Wissen über die Natur korrigieren müssen. Diese Abweichungen müssen natürlich nicht automatisch durch Gott erklärt werden. Sie können einfach nur auf bestehende Lücken in unserem Wissen hinweisen. Aber laut Hume wäre es niemals vernünftig, überhaupt nur an die Existenz einer Lücke zu glauben. Und das ist deutlich zu viel verlangt. Also, wenn wir uns dieser Kritik anschließen, müssen wir sagen, Hume kann nicht zeigen, dass es niemals vernünftig wäre, an ein Wunder zu glauben. Womit er allerdings recht hat, ist, die Hürden, um an ein Wunder zu glauben, die sind ziemlich hoch. Nur wenn es momentan keine natürliche, vernünftige Erklärung für ein Ereignis gibt, nach einer sorgfältigen Prüfung, und nur wenn es auch in Zukunft nach weiteren Forschungen keinerlei solche Erklärung geben kann, dann dürfen wir von einem Wunder sprechen. Und selbst das immer nur auf Widerruf. Denn es könnte ja sein, dass sie später herausstellt, dass es eben doch eine natürliche Erklärung gibt, die wir einfach noch nicht gefunden haben. Bei vielen Wundern oder angeblichen Wundern der Vergangenheit ist das übrigens so, dass wir inzwischen natürliche Erklärungen haben, mit denen wir diese scheinbaren Wunder als simple naturgesetzliche Vorgänge entlarven können. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Situationen, die überhaupt noch übrig bleiben, als mögliche Kandidaten für ein Wunder. Das Allermeiste lässt sich mit Hilfe naturwissenschaftlicher Forschungen ausräumen. Aber mal angenommen, in dieser sehr, sehr kleinen Menge von möglicherweise wunderfähigen Ereignissen, bleiben ein paar übrig. Sollte es sich herausstellen, dass es wirklich so etwas wie Wunder gibt, also Ereignisse, die naturgesetzlich nicht erklärbar sind, was folgt dann daraus? Das ist unsere dritte Frage. Was würde aus der Existenz eines solchen Wunders eigentlich folgen? Die überraschende Antwort lautet erstmal eigentlich gar nichts. Jedenfalls nichts, was religiös relevant ist. Wir haben gesagt, ein Wunder ist erstens eine Verletzung der Naturgesetze und zweitens etwas, das von Gott verursacht wurde. Aber wir können natürlich durch Beobachtung immer nur feststellen, dass die erste dieser Bedingungen erfüllt ist, dass also eine Verletzung oder mutmaßliche Verletzung der Naturgesetze vorliegt. Wir schließen daraus dann natürlich, dass auch die Bedingung B erfüllt ist, dass also Gott für die Durchbrechung der Naturgesetze verantwortlich ist, denn niemand sonst als Gott könnte überhaupt Naturgesetze brechen. Aber dass wir diesen Verstoß gegen die Naturgesetze Gott zuschreiben, das liegt nicht im Ereignis selbst, sondern das ist unsere Interpretation dieses Ereignisses. Was berechtigt uns denn eigentlich zu dieser Interpretation? Nun, die Idee mag vielleicht ungefähr so sein, das Eingreifen Gottes ist die beste Erklärung für die beobachtbaren Ereignisse. Aber eine solche Interpretation oder eine solche Erklärung als beste Erklärung setzt einige Annahmen voraus, die nicht ohne weiteres gemacht werden dürfen. Nämlich unter anderem, dass es zum Beispiel einen Gott überhaupt gibt, dass dieser Gott allmächtig ist oder zumindest so mächtig ist, dass er die Naturgesetze brechen kann, dass dieser Gott in den Verlauf der Welt eingreifen kann und möchte und so weiter und so fort. Wenn wir nun also folgern, dass ein Wunder von Gott verursacht wurde, dann liegt diese Erläuterung, also diese Interpretation, meine ich, nicht im Wunder selbst. Das ist eine Interpretation, die wir der Sache geben und die vor allen Dingen dann plausibel erscheint, wenn man ohnehin an Gott glaubt. Wunder können demnach als eine Art Bekräftigung eines bestehenden Gottesglaubens funktionieren und de facto tun sie das auch. Also die Leute, die an Wunder glauben, sehen nicht Wunder und kommen dann zum Glauben an Gott, sondern haben einen Glauben an Gott bereits vorher und sehen den dann bestärkt durch irgendwelche Wunder, die sie glauben, beobachtet zu haben. Gerade das macht jetzt aber die Einschätzung, dass es sich um ein Wunder, als um ein wirklich von Gott verursachtes Ereignis handelt, mehr als verdächtig. Wer bereits an Gott glaubt, der neigt natürlich dazu, unerklärliche Ereignisse als das Wirken Gottes darzustellen. Wer hingegen nicht an Gott glaubt, der sieht dann hier eher Leerstellen in den Naturgesetzen oder Lücken in unserem Wissen oder sonst irgendetwas. Also das heißt für uns, Wunder alleine können nicht die Existenz Gottes nachweisen. Sie sind auf die Unterstützung anderer Argumente angewiesen, die vorher den Gottesglauben bereits plausibel machen. Wenn es gute Gründe gibt, zu glauben, dass es einen Gott gibt, dann kann diese Vermutung durch die Existenz von überzeugenden Wundern bekräftigt werden. Dann hängt aber die Überzeugungskraft von irgendwelchen Wundern an der Überzeugungskraft anderer Argumente, wie zum Beispiel dem kosmologischen oder dem teleologischen Argument und so weiter und so fort. Und wie wir gesehen haben, ist es um die nicht besonders gut bestellt. Einmal der Schlepp der Schlepp vor dem geflasch der Schlepp der Schlepp